Vorsicht, Stufe. Achtung, Achtung! Die Regierung bedauert, dass sie gezwungen ist, in der gegenwärtigen Krise die Bevölkerung mit allen Mitteln zu schützen. Um die Ansteckungsgefahr einzudämmen, brauchen wir auf den gesunden Menschenverstand und die Einhaltung folgender Regeln. Ziel ist der optimale Schutz der Bevölkerung. Die erste Maßnahme ist derzeit, wie bei jeder solchen Abwehr, infizierte Personen zu isolieren. Wir sind hier so weit von der Welt entfernt und bald werden wir nicht einmal mehr wissen, wer wir sind. Ich muss hier einfach nur raus, ganz kurz in ein Krankenhaus und mit dieses Ballen! Warum wurde ich verschont? Warum bin ich die Einzige, die noch sehen kann? Das Essen! Das Essen ist da oben! Was!? Das Essen ist da oben! Sieh da unten! Was ist das denn so? Es wäre wirklich besser blödsisern! Es wäre wirklich besser blöds zu sein! Es wäre wirklich besser blöds zu sein! Es wäre wirklich besser blöds zu sein! Untertitelung des ZDF, 2020